Ich würde gerne meine Level ausnutzen, die ich wieder habe. Na, mach nur. Ich muss da abhauen. Hoppla. 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 so es der grund steht dann am balkon die sannover ortnäckigkeit das gibt es ja nicht Oh. Ja, laden wir mal dezent nach, wenn ich auf Angriff gehen will. Ah, hier oben ist eine Kiste. Das ist schön, ich habe da einen Haufen Gegner. Und bin gerade gefallen. Ah, nicht richtig, richtig. Danke. Ist doch da noch mal eine Ruhe. Kinder. Na. Ich bin gerade da. Der Nächste. Echt da. Kann ich nehmen. Aber ich auch. Ich sehe da nur Gegner. Ich weiß nicht, was los ist. Mhm. Ich muss auch mal in Ruhe mal Schrottflinken nachladen, weil sonst wird das nicht. Falls die interessiert. Bitte? Bitte? Nein. Ich weiß nicht, dass die Kiste für dich auch dabei ist. So, da ich ja. Ah, war der da. Nein, ich komme mal. Da, ich bin auch da. Sicher, ich bin sicher. Ich bin auch da. So. Haben wir es jetzt, haben wir jetzt fertig mit Gegner. Ich denke schon. Können wir jetzt da zum. Nein. Nein. So. Nein. Jetzt bleibe ich da bitte die Blumenkiesel hängen oder was? Hi Devrin Was? Raus damit Was liegt dir auf dem Herzen? Okay, er weiß nicht, wo wir hin müssen Okay Dann müssen wir auf die Farm, hätte ich gesagt Weil da haben wir alles erledigt Augen auf So wie es ausschaut Okay, ja dann Gehen wir auf die Farm Du, mehr Tee, du magst uns ja eh keinen Ja, schaut gut aus bei mir Na bitte Wie geht's dir? Ich bin fertig Bist fertig Mhm Niggel Dann auf in die nächste Runde Das heißt, wir haben jetzt wieder Titan, das heißt Hauptstory Schaut so aus, ja Zawala sie und die Überlebenden im Stich gelassen hat Und jetzt gehen wir auch noch Wenn wir blieben, könnten wir sie unterstützen Ja, aber Wenn Zawala wirklich eine Gegenoffensive auf Titan aufbaut Dann können wir sie alle retten Und die Stadt zurückerobern Ich glaube, er stellt sich das ein bisschen anfang vor Ja Vorhutflotte Hüterschiff 723 ist im Anflug Wir haben euer Signal erhalten und sind kampfbereit Hüterschiff Zawala hier Es ist zu spät Die Schar hat Titan überrannt Es war ein Fehler, uns hierher zu bringen Ups Na dann schauen wir mal Wir müssen da rum Und ich Ich hab so das Gefühl, wenn wir da mitten durch nicht kämpfen Wir haben schon zu viele lichtlose Hüter an die Schar verloren Wir können diesen Mond nicht sichern Wir haben unser Licht zurück Was? Unmöglich Kommander, darf ich? Hüter, hier spricht Deputy Commander Sloan Wir müssen eine Gegenoffensive planen Dazu müssen wir diese Station erstmal auf Vordermann bringen Eine Flotte muss ausgestattet, Hüter bewaffnet werden Und es gilt jede Menge abgefangene Übertragungen der Rotlegion zu entschlüsseln Es ist ungemein wichtig, dass wir Zugang zur Kommandozentrale der Station erlangen Die macht dann Stress, hä? Wenn du das Licht wirklich wieder hast Dann zeig es der Schar Und Hüter Bitte Sei vorsichtig Ja, ja Dann kommt man da jetzt weiter Na hier unten Genau Das ist nichts für mich Diese Jump'n'Run-Szenen, das ist so gar nicht meins Nicht eins? Na Und? Was ist da jetzt? Oh nein, da läuft was Ach, da rauf Und ich stehe auf Würmern Ich bin da irgendwo anders drin gelandet Ich bin auch Batscher Ich bin auch Batscher Die Batscher hinten an Nein 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 Was war das hier? Die Titan-Städte aus dem goldenen Zeitalter waren Und der Stolz der Menschheit Ich bin daneben gesprungen Das war ein Narr zu denken Die Schar würde sich nicht so weit ausbreiten Kannst du mich wieder belehnen? Äh 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 Ja Bleib mir mal Ich Ja klar Warte ein bisschen Ich bin ziemlich weit schon Am Pisten durch Ah, da Uiuiuiui Hey Hey Oh So Woah Oh, Sand ist für Fieger, ey. Keine Ahnung. Hässlich auf jeden Fall. Hässlich. Wow. Gegner. Ah, Gegner. Was will der jetzt von uns? Dass wir da her springen. Da herunter. Hüi. Geh jetzt. Da rauf. Da rauf, genau. Ich hasse sowas. Okay, so. Wir sehen das Kontrollzentrum. Verstanden. Weiter vorrücken. Commander, bei dem Tempo können wir mit der Planung unserer Gegenoffensive anfangen. Dann können wir im 0,1 vor den Stadttoren aufschlagen. Was ist das da? Was ist das da? Ich habe Waffen ausgerüstet. Oh. Das Ding ist nett. Was ist denn das, was da? Also, wenn man trifft, was ja bei mir nicht so einfach ist, dann geht die gut. Da kommt wer. Ich denke, das schaut jetzt da nicht gesund aus. Ich, äh, ich wage es. Das war der verkehrte. Du bist da so gestanden. Und, ja. So, was habe ich jetzt? Eins, zwei. Was habe ich da? Kann das sein, dass du sauer bist? So, wie du da jetzt durchmarschert bist. Alter. Ah, 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 ah. Wo müssen wir hin? Nocci. Ich habe da eine Waffe, die ich noch nicht ausprobiert habe. Gegner. Hallo. Hallo. Das ist mit ihr. Das ist mit ihr. Legt da ein Ei, oder was? Ruhe ist. Ist da jetzt Ruhe? Kollegen. Also, das Wasser haben sie schon geil gemacht. Das muss man ja schon lassen. Animiert ist das echt gut. Sah aus, als hätte die Schar eine Art Ritual durchgeführt. Wir sollten uns mit Ikora unterhalten. Sie weiß so ziemlich alles über Scharmagie. Mhm. Niemand hat Ikora oder Kate gesehen, seit die Stadt gefallen ist. Nein, du bist schon drüben. Ja. Ich frage mich nur. Flott. Aha, da gibt es zwei Waffen. Aha, zweimal dieselbe. Wir brauchen anscheinend einen Granatwerfer. Da liegen nämlich zwei. Und ich habe gerade einen bekommen. Was steht da? Ehe aufheben. Granatwerfer. Also, bei mir war es ein Granatwerfer, was ich gekriegt habe. Mhm. Aber schwächer wie das, was ich habe. Und dann kommen wir. Das macht Spaß mit dem Ding. Okay. Ist das ein Scout-Gebäer oder was ist das? Ich frage mich was Leichtes. Ich habe es nicht nach dem Namen gefragt. Ich weiß es wirklich nicht. Mein Headset ist fast leer. Stell ich gerade fest. Ich muss dann kurz Strom anstecken. Ist da noch was? Hallo, meine Kinder. Wir haben es geschafft, Strom. Perfekt. Untersucht die Umgebung, bevor ihr zum Kontrollzentrum vorrückt. Jawohl, Umgebung. Ein Ei. Des Kolumbus. Und es sieht so aus, als ob wir gerade auf eine Schafgutstätte gestoßen sind. Ich versuche sie. Vernichte sie. Okay. Das war's. Schieß auf die gelben Säcke. Haben das Nest beseitigt, sind auf dem Weg zum Kontrollzentrum. Wir müssen da... Gut gemacht. Sorgt für reine Luft. Wir kommen auf euer Signal. Achtung, da kommen wieder welche. Ich glaube, das nimmt uns wie übel, dass wir ihm da sein Nachkommen schafft. Scheiße. Das war eigentlich gemein. Das war jetzt voll ins Kreuz geschlagen. Okay, wir müssen da zurück. Oder wie, oder wo, oder was. Ich weiß es nicht. Da. Doch, jetzt weiter. Muss auch der richtige Cyber-Gegner da sein. Ja, richtig. Aha, wenn der sein Kokon da bastelt, dann heilt er sich die Kretzen, oder wie? Wo ist er? Da ist er. Das ist groß. Gut. Ähm... Wir nehmen uns, das ist wirklich hübel, gell? Ja. Seh ich nicht. Wir nehmen uns! Was ist das? Entschuldigung. Oh, passt schon. Es rennen ja nur ein paar herum, denen man dezent einschlagen kann. Da zum Beispiel. Schnauze. Fuck. Ich bin da jetzt auch gestürzt. Ich bin schon wieder da. Sloan, Commander, erledigt. Verstanden. Zavala und ich sind auf dem Weg. Danke. Danke. fou. fou. Vielen Dank.